Wertvoll fürs Land Wie oft Fleisch auf dem Speisezettel steht und ob dabei auf Qualität, Herkunft und Arteerzeugung geachtet wird, hat unmittelbare Auswirkungen auf Umwelt, Tierwohl und die eigene Gesundheit. 2012 habe ich für meine Mutter einen neuen Stall mit viel Platz- und Auslaufmöglichkeit gebaut. Und im Sommer ist es fehl auf der Hofragner Alp. Durch Schlachtungen direkt am Hof entfällt der Transportstress. Vertrieben werden die Fleischprodukte über das eigene, angrenzende Gasthaus ab Hof. Wir erzeigen Lebensmittel in der Region, für die Region. Und das ist Wertvoll fürs Land.